Jungs, guck die Charakter mal links an. Wie die aussehen. Ich weiß. Guck mal Nikolai an, er sieht aus wie so ein Retard. Oh, what the fuck? Ich bin durch die Spiegel gespawnt. Geht's dir so aus? Ich hab das voll gehalten. Als ob du das schon aktivierst, Jo. Wir müssen, glaub ich, hier lang. Oder wollt ihr da lang gehen? Lass es durch Organs. Ich war hier noch nie, also hier lang bin ich noch nie gegangen. Jungs, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin gelandet, ich kann mich nicht bewegen. Ich steck fest. What? Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das denn? Warte mal. Ey, lass mal ein Zombie zu mir kommen, lass mal ein Zombie zu mir kommen. Juhuuu. Nein, oh mein Gott, du schützt mich. Ich hab nur noch zwölf Schuhe. Verpisst euch. Was ist das denn? Oh mein Gott. Jens, du schaffst das. Ich glaub an dich. Verpisst euch. Ey, das Ding ist, wir können dich nicht mal rausholen. Wir sind solche Fickse. Du musst sterben ey. Ich kann mich nicht mehr hinlegen. Nichts. Was ist das denn? Goddammit. Das ist einfach so ein Generator gemacht. Wir haben mein Insta. Yes, let's go. Und der drei Jungs. Ich hab noch fünf Schuhe. Ey, ich muss sagen, die Entwickler haben diese Map hier wunderbar gut getestet. Also es ist wirklich bis jetzt noch no Bugs, no Bitches, no, no, no nothing. Läuft wie am Stürchen ist meine absolute Lieblingsmane so weit. Ich hab das schon. Nein! Ich mach das mit der Daunie gar nicht. Ich sehe 30 Kills. Let's go. Let's go. Das Titelbild sieht schon sick aus, ne? Keo, seine Fresse sieht echt scheiße aus. Also auf dem Bild hier. Sieht genauso japanisch aus wie deine Fresse. Der sieht aus wie ein Daunie. Halt dein Maul. Das sieht so verändert aus, Alter. Ich hab ein Katana. Okay, Jungs. Sind wir bereit? Ja! Wir spielen das Salvation DLC. Mit Salvation. Das ist das Easter Egg, okay. Jungs, das war das Easter Egg. Ja, das ist kein Bock mit euch, gell. Oh! Oh! Was ist denn das? Wow. Wow, die HTT. Oh, die Zombies sind... Ja, Jungs, wir haben das Easter Egg schon. Salvation, hallo? Wir haben ihn gefunden. Hey. Willst du sie erkunden? Digga. Oh, one guy is down, one guy is down! Blackhawk down, Blackhawk down! I have to... Oh, fucking shit! What the fuck is going on? Jungs, wie viele das Zombies da? Digga, was ist das denn, Alter? Es klebt mir am Arscher. Was ist das denn? What the fuck? Okay. Hey, was war das? Und Zerwescht, wie findest du die Map? Ist richtig cool. Also... Ich finde aber, die hätten die bisschen größer machen sollen. Warte, warte, warte. Ich muss grad den Drucker anmachen und gleichzeitig spielen. Ich bin wieder drin. Ich weiß nicht, wo hoch. Hier oben wieder. Da wo... Oieieieiei, bist du behindert, wer auch immer hier langerlaufen ist? Nein! You fucked me, Bro. Sorry, sorry. Ich kenn mich hier nicht aus. Pass auf, da kommen richtig viele. Da kommen übertrieben viele, Alter. Ich hab gleich keine Muni mehr. Ja, ich komm. Ach du Scheiße! Robert, ich bin jetzt hier oben, ne? Jetzt kackt das einfach Pack-A-Punch aus, warum? Ich hab gewusst, dass es da nicht ist. Da braucht ihr zu viel Muni. Da Muni! Nein! Schweine! Da Muni kapelt! Jungs, wir haben gewonnen, Schweine. Ja, ich lebe wieder. Geh kurz an die Kiste, Jungs. Ich hab jetzt nichts. Nein, 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 ich will nicht sterben. Die sind richtig geil hier. Die Kiste normal hier. Ja, aber lass mich bitte reingehen, ich hab nichts. Ich hab nicht Bojack. Ja, ist okay. Ich hab auch nichts. Außer ne weggepfadische Waffe. Ich hab V&P, jetzt kannst du reingehen. Ich will auch nur einmal, damit ich was anderes außer S hole. Lauf, Digga, hinter dir! Oh mein Gott, nein! Nein, meine Vespa! Nein! Baby, nein, verlass mich nicht! Nein! Aber ich weiß, was ich mach, Digga. Okay. Ich nehm mir jetzt Quicky Ride. Klinke es. Mach den Tommy Run meines Lebens. Und ich bin tot. Oh mein Gott! Nein, jetzt kommt ihr mir alle entgegen. Ich bin tot. Ja, gut. still zum Ende. What the fuck? Bro, chill. Chill, Bro! Was geht'n mit dir ab? Digga, wo ist er hin? Ha! What the fuck was that? Oh, this is you crazy mother